In einem Land, in dem ein klares Votum von den Wählerinnen und Wählern an mich gegangen ist, in einem solchen Bundesland ist es auch gut und Sitte, dass man jetzt auch gemeinsam die Fragen erörtert. Deswegen werden wir natürlich alle demokratischen Parteien zu Gesprächen treffen. Aber es wird sich eben auch ergeben aus den Dingen, die jetzt im Parlament zu klären sind, dass jeder für sich klären muss, wie ernst ist mir mein Vorschlag. Wie gesagt, der Vorschlag kam von Herrn Mohring in der letzten Legislatur. Der andere Vorschlag kam von uns. Wahlalter mit 16 kam von uns. Und das Ehrenamt jetzt in die Verfassung, das waren Dinge, die alle Akteure auf die Tagesordnung gesetzt haben. Es wäre schön, wenn das Parlament auch sich jetzt ein bisschen lockerer macht. Vor fünf Jahren hat keiner geglaubt, dass Dreierkoalitionen gehen. Heute haben wir Dreierkoalitionen in Deutschland als Normalität. Warum sollten wir nicht mit einem neuen kraftvollen Zeichen auch aus Thüringen sagen, Politik ist vielfältiger als immer nur in Parteizentralen, darüber zu reden, wer mit wem eventuell für die nächste Zeit Verantwortung übernehmen kann. Ich möchte, dass die Politik näher an die Menschen zurückkehrt und von den Menschen auch selber wahrgenommen wird. Höhe des Zins Dimensions